Sie haben Tage und Wochen in die Erstellung Ihrer Multimedia-Präsentation investiert. Dann verlieren Sie im entscheidenden Moment nicht die Kontrolle. Mit dem General Keys Funk Multimedia Presenter wird Ihnen das so schnell nicht mehr passieren, denn damit haben Sie sowohl Ihr Publikum als auch Ihre Präsentation unter Kontrolle. Der Laserpointer hilft Ihnen, auf Diagrammen und Schautafeln auf das Wesentliche hinzuweisen. So entgeht Ihrem Zuhörern kein wichtiges Detail. Gleichzeitig ersetzt Ihnen der Presenter die Maus Ihres PCs oder Notebooks. Mit dem Mausbutton in der Mitte steuern Sie drahtlos den Cursor. Die Tasten L und R übernehmen die Funktion der Maustasten. Mit dem Multimedia-Präsentator bewegen Sie sich frei im Raum und passen den Verlauf der Präsentation an Ihren Vortrag an. Variieren Sie zum Beispiel die Lautstärke von Soundeffekten nach Belieben oder stoppen Sie für eine spontane Fragerunde die Präsentation. Der Präsenter ist ultra flexibel. Er arbeitet mit allen gängigen Betriebssystemen zusammen und braucht keine extra Treiber. Und wenn Sie ihn mal nicht mehr benötigen, ist er schnell verstaut. Genial, oder? Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal.